hallo und herzlich willkommen zu live for the 2 hallo du sollst mich noch nicht zeigen ich kann auch nicht warum möchte ich noch nicht zeigen eigentlich war das dein dein intro du musst was sagen soll ja ja und ja mark wir haben eine neue katze die wurde uns eigentlich von der katzen erst über hochwasser jetzt über katzen genau die die nachbarin kam auf einmal wieso bist du eigentlich noch nicht so weit im wald gefunden so aber wir können schon einstellen ich weiß gar nicht muss mal kampagnen die kaputt nicht was wir spielen hier ja so ist realistin wer so weit modus was wir machen oder oder was wir machen der kampagne und dann mit freunden spielen aufs team aufs team gruppen server oder mit freunden mit freunden ah hier neue kampagnen lobby erstellt so guck mal wir fangen einfach mal von vorne an schwierigkeitsgrad noch einfach noch mal und dann gucken wir einfach mal was du kommst exklusiv spiel für freunde mal gucken wer sich alles anmelden lokal server das team gruppen server besser verfügbar dezidierter effiziell dezidierter server 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 type ja keine ahnung einfach mal lobby erstellen so freunde einladen aktivieren das team community im spiel das team aktivieren das team aktivieren das team aktivieren das team community im spiel keine ahnung ok also kannst du denn nicht oh mensch wir haben extra gesagt ist das ja man das sind so viel beschäftigt das ist total unwichtig ich bekämpfe gerade so unwichtig berechtigung privates spiel was solltet ihr von vorne anfangen ja ja einfach mal zu üben mir ein bisschen erst mal bin wieder ich habe es echt schon ewig gespielt jemals kampagne gespielt auf keinen fall den dicken ich habe es echt schon ewig gespielt hatte nicht wirklich die leute dafür Guck mal, da gibt es auch einen Sprach-Chat hier unten, sehe ich gerade. Ja, wo trete ich denn jetzt hier bei? Also unten ist ein Sprach-Chat, Sprach-Chat, hallo, hallo. Freunde im Spiel. Es gibt auch einen Sprach-Chat auf jeden Fall. Aber ob der gut ist, wissen wir nicht, wir lassen es einfach so. Wieso gibt es nicht immer zwei Frauen, wo Charakter ausfällt? Immer nur die vier, ne? Spielerplatz verfügbar, was soll denn das? Braucht mal ein, zwei Minuten, bin ich wieder da. Ja. Ja, vielleicht. Ich muss eh noch gucken, ob alles so stimmt mit der Ton und sowas, mit dem Ton, nicht der Ton. Der, nicht das Ton. Das Ton. Das Ton. Und, und. 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 Vielen Dank. 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 So, mit... ... 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 Ich decke dich. Warum habe ich eigentlich so viel abbekommen, ey? Vor allen Dingen, das hat sich gut angefühlt. Was ist das hier? Willst du wiederbelebt werden? Ich höre sie weinen. Das ist eine Klipper-Scheiße. Braucht ja so eine Klipper-Kacke. Was ist das hier? Marc, was willst du? Immer dieser Promi-Bonus, weißt du? Der heilt mich einfach. Ja, der heilt dich. Marc muss sich auch selber heilen. War halt mit in der Spucke drin. Was ist das? Das ist so eine Probe. Die kannst du schmeißen und dann gehen die Zombies da drauf. Ich greife mir ein Glas Kotze. Ja, genau. Na super. Ja, das mache ich doch gerne. Oben. Ja, das ist gut, dass du immer hockst. Dann kann ich wissen, über dich rüberschießen. Da kommt sie. Die Dicke. Aber hier muss irgendwo, habe ich vorhin das schon heulen gehört, hier ist bestimmt irgendwo eine Freundin. Das Fenster ist hier kaputt. Ja, hier muss man drüber springen. Was? Wir haben Pils. Okay. Da sind Schmerzmittel. Ich habe mal ein paar Tabletten mit. Schubst mich hier nicht runter. Ah, voll verfehlt. Ich darf das. Hallo? Ich helfe dir mal hoch. Ich bin ja so stark. Warum brennt ihr? Warum brennt ihr? Warum brennt ihr? Ich habe noch eine Flasche Kotze. Ich habe auch eine Flasche Kotze. Adrenalin. Warte mal, Adrenalin. Ich nehme mal Adrenalin. Ist gut. Wie nimmt man denn überhaupt die Medikamente und so? Mausrat scrollen. Oh, Boomer. Boah. War knapp. Das sind die Boomer. Weißt du noch, wo wir Dings gespielt haben? Da habe ich auch immer gesagt Boomer. Ah, ein Hunter ist das. Säure, Säure, Säure zurück. Komm raus da. Säure. Warte, warte, warte. So, jetzt. Hm, wie ich... Eil dich mal. Hä? Was? Warte kurz, Marc. Erst mal raus. So sie irgendwie verarzt muss sie sich. Alter, das ist fünf Jahre her, wo ich das... Ja, ja, deswegen spielen wir erst mal auf normalen Modus. Ich habe dir in den Hintern geschossen und dir in den Kopf. Wow. Von hinten? Äh. Oh, Alter, so ein Gasmasten-Typ. Zwei Pistolen ist doch cool. Hier ist noch irgendwo eins. Ich glaube, die kommen ja von hinten. Die großen. Ja, ja. Die kommen auch unendlich. Ich höre so ein kleines Gizmo. Genau, drück. Pass auf, der ist bestimmt da unten jetzt. Der kommt schon gleich aus der Tür. Geh mal weg da, Nick. Nick, hau ab da. Oh, nee, ey. Pass auf, der kommt gleich. Der kommt gleich von oben. Das ist der kleine Goblin. Das ist Köln. Das ist Köln. 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 Oh, mein Gott. Köln. Köln ist das. Mein Schatz. Zu dunkel. Oh, das war... Oh, schön in die Säurerin. Wieder zurück, 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 zurück. Zurück. Katschi, zurück. Hast du das nicht gemerkt? Der steht erst mal am Feuer, der Nick. Guck mal, der kriegt kaum Schaden, ne? Das ist doch ein Witz. Ist einer gestorben? Nein. Alter, ist das laut hier. Was ist das für eine Waffe? Oh, ja. Ich bin fast rot. Ich könnte Pillen nehmen, aber ich weiß nicht wie. Ja, ja, nimm die Pillen. Nimm die Pillen. Du kannst durchschalten. Eins, zwei, drei, vier. Die Sound... Ey, warte mal. Ich verstehe euch null. Ja, mach die Sound mal leiser. Das Sound ist so enorm laut. Ja, das ist normal. Deswegen habe ich das am Anfang alles gemacht. Audio, Sprach, Lautstärke. Ja, das ist ein Hunter. Ah, warte. Ich zurück zum Spiel so. Wo lang? Komm, welcher? Oh. Kapuzen-Typ. Kapuzen-Typ. Es ist ein Hunter. Säure, Säure, Säure. Oh. Scheiße. Ich bin weg. Ich komme mir leider nicht raus aus dieser Gritze. Alles klar. Aber du kannst wiederbelebt werden. Ja, los. Brennt. Hier liegt was. Hier ist ein Pumpgun, glaube ich. Ja, Pumpgun. Hier in die Pumpgun. Es ist ein Bandszeug. Warte. Warte, warte, stehen bleiben. Das denke ich mir auch gerade. Ein Moment, ich blicke nicht ganz durch. Boah, ist das eklig. Dass du jetzt jemand tot ist, ich habe einen Devri. Ohne Schrot wäre auch geil. So. Wer hat Schrotflinte? Oh. Ja, geh rein oder so. Ich habe Schrotflinte. Wer kommt? Tür zu. Aber wenn... Mach auf. Mach auf. Gut. Das war's, glaube ich. Gut. Mach durch da. Aber das nächste Zimmer. Boah, ist das dunkel, ey. War einer. Links. So ein Ding. Pass auf. Dicker, dicker, dicker. Aua. Boah, das war knapp. Springer. Es ist so geil, was die Typen hier sagen, ey. Ich könnte mich beölen. Man sieht auch gar nichts, ne? Pass auf. Man sieht aber auch echt gar nichts hier. Das sieht doch schon besser aus. Was sieht hier? Boah, pass auf, Springer. Wo mal, wo mal in der Ecke? Wo mal um die Ecke hier rechts. Rechts. Dicker. Erledigt. Wie war das mit Pudding? Nee, was hat der mal gesagt? Ach, egal. Ich weiß nicht. Mal Verbandzeug? Ja, gut. Ja, aber dann kurz bevor du da bist, kommen die doch immer noch. Och, das geht schon. Genau, Schluss jetzt da draußen. Rein hier in die gute Stube. Was hat der hier für eine Knarre? Das geht schon. Gut, erst Kapitel. Ja. Pudding mag 69, Abwehr. Ja, ja, ja. Er ist immer vorgerannt, ist ja klar. Glaubst du, die bleibt erst mal in der grünen Kritze stehen? Ja, Mann. So muss das. Ja, keine Ahnung, das ist ja ungewohnt. Aber das hier Friendly Fire ist, das ist natürlich doof. Da musst du echt aufpassen. Aber Friendly Fire ist, aber gut. Eigentlich ist es gut, weil es ist ja richtig so.